Robin hier von Post Professionals. Hier für euch ein Kapitel aus einem meiner längeren Videos, zu dem ihr alternativ auch hier oder in der Beschreibung den Link findet, wenn ihr lieber alle Themen am Stück schauen wollt. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei. Der Link dahin auch in der Beschreibung. Jetzt aber frohes Lernen! Erinnert ihr euch, wie ich über die neuen Social Media Titel in Final Cut Pro sprach und über ihre Fähigkeit, Änderungen des Seitenverhältnisses eines Projekts zu erkennen und sich automatisch anzupassen? Ich sagte, es gäbe da etwas Neues in Motion. Wobei, streng genommen ist es halt nicht wirklich neu, es war schon immer da. Apple hat die Funktion lediglich ein wenig verbessert, um den Umgang damit zu vereinfachen. Und während fast alle Standard-Final Cut-Titelübergänge, Effekte und so weiter bereits bearbeitet wurden, um in verschiedenen Seitenverhältnissen korrekt dargestellt werden zu können, müssen einige beziehungsweise externe Titel, Vorlagen und so weiter, insofern sie eben keine sogenannten Schnapsschüsse für die erforderlichen Seitenverhältnisse eingerichtet haben, diese hinzugefügt bekommen. Damit sie beispielsweise in diesem quadratischen Projekt ordnungsgemäß funktionieren. Wenn ich zum Beispiel meine Anzeigetafel in der Titelübersicht überfliege, den, den ich zuvor gezeigt habe, sehen wir, dass er wie jeder Titel in 16 zu 9 in der Vorschau angezeigt wird. In diesem Fall sieht er vollkommen okay aus. Wenn ich jetzt eine Instanz mit jedem Clip in meinem quadratischen Projekt verbinde, können wir sehen, dass die Welt nicht mehr ganz so in Ordnung ist. Ich kann mal ein paar zufällige Werte eintragen, den Sport entsprechend wechseln, aber der Titel wurde im Grunde nur zentriert über mein Video platziert und nicht einmal passend skaliert. Daher wird es auf beiden Seiten beschnitten und die Textfelder für die Teamnamen befinden sich außerhalb des sichtbaren Bereichs. Und selbst das Skalieren funktioniert nicht da, dadurch auch das darunterliegende Video skaliert wird, wie es eben bei den Titeln aufgrund der Titel-Hintergrund-Ebene manchmal der Fall so ist. Aber wenn man Motion hat, und ich empfehle jedem, es in seinem Arsenal zu haben, zumal es nur mickrigige 50 Euro kostet, ist dies tatsächlich sehr einfach zu korrigieren. Selbst für jemand, der noch nie etwas mit Motion gemacht hat, weil er es als sehr einschüchternd empfindet. Denn alles, was ich tun muss, ist mit der rechten Maustaste auf den Titel in meiner Titelübersicht zu klicken und in Motion öffnen auszuwählen. Übrigens, wenn dies einer der Standard Final Cut Titel wäre, würde es heißen, eine Kopie in Motion öffnen. Und sehe da, der Titel wird in Motion geöffnet. Jetzt muss ich nur noch die Projektebene ganz oben in meinem Ebenenfenster auswählen, zum Informationsfenster wechseln und den Projektreiter wählen. Und hier habe ich zwei Unterkategorien. Veröffentlichen und Schnappschüsse. Wenn ich auf Schnappschüsse klicke, sehe ich, welche Seitenverhältnisse für das Projekt eingerichtet sind und wir können sehen, dass ich nur eins für 16 zu 9 habe. Mit anderen Worten, die hier aufgeführten sind, welche Seitenverhältnisse erkannt und angepasst werden, wenn ich es in Funnel Cut Pro verwende. Auch das, wie gesagt, ist nichts Neues, sondern etwas, das seit Version 5.0 eine Funktion ist. Neu ist jedoch die einfache Einrichtung. Denn wenn man zuvor auf den Plusknopf geklickt hat, um ein zusätzliches Seitenverhältnis hinzuzufügen, gab es ein etwas kryptisches Dialogfenster, in dem man das gewünschte Verhältnis mathematisch eingeben musste, wenn man denn tatsächlich wusste, was es war. Jetzt ab Version 5.4.6 klickt man einfach auf den Plusknopf und erhält ein einfaches Pop-Up-Menü mit den gängigsten Seitenverhältnissen zur Auswahl. Also alles von 1,8 zu 1 bis 9 zu 16 und ich habe immer noch die Möglichkeit, ein beliebiges benutzerdefiniertes Seitenverhältnis unten einzugeben. Damit dieser Titel in meinem quadratischen Projekt funktioniert, wähle ich einfach die Voreinstellung für das Seitenverhältnis 1 zu 1. Damit wird es meiner Liste der Schnappschüsse hinzugefügt. Wenn ich es auswähle, wird die Canvas sofort entsprechend angepasst und wir sehen, was wir in Final Cut gesehen haben. Meine Titelleiste ist auf beiden Seiten beschnitten. Jetzt muss ich nur noch alles so skalieren und positionieren, wie ich es gerne hätte, sollte es jemals in einem quadratischen Seitenverhältnis verwendet werden. Mit dem Seitenverhältnis ausgewählt, muss ich zuerst nur auf Schnappschuss bearbeiten klicken, um Motion mitzuteilen, dass die Änderungen, die ich vornehmen werde, nur diesen Schnappschuss betreffen. Ein kleines Fenster mit einem Knopf zum Stoppen des Bearbeitungsmodus wird geöffnet. Jetzt wähle ich einfach die Ebenen für Text und Bälle aus, gehe in die Eigenschaften und gebe eine Skalierung von beispielsweise 55% ein. Sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch auf die Ebenen klicken und sie ziehen, während ich die Shift-Taste gedrückt halte, um die Bewegung vertikal einzuschränken und sie am unteren Ende des Bildes zu positionieren, wo sie hingehören. Ich kann die Bälle sogar etwas höher positionieren, um den leichten Perspektivwechsel auszugleichen, da es sich immerhin um 3D handelt. Und fertig. Nachdem ich auf den Bearbeitungsmodus Stoppen-Knopf geklickt habe, kann ich zwischen den beiden Schnappschüssen wechseln, um zu überprüfen, ob alles auch so ist, wie ich es wollte. Natürlich könnte ich das gleiche für ein Seitenverhältnis von 9 zu 16 machen, wenn ich es bräuchte. Aber ich lasse es vorerst dabei, schließe das Projekt und speichere natürlich. Zurück in Final Cut Pro befindet sich die neue Version in meiner Titelübersicht, aber die Instanz in meiner Timeline entspricht immer noch der alten Version, weshalb sich nichts geändert hat. Als kleinen Tipp für Power-User, ich muss nur die alte Version in meiner Timeline auswählen und in der Übersicht auf die neue Version doppelklicken. Und damit wird der alte durch den neuen ersetzt und, wie wir sehen können, passt es jetzt perfekt zum Seitenverhältnis und sogar die zuvor eingegebenen Werte sind erhalten geblieben. Und das ist im Grunde alles, was man über die neue Funktionalität des Seitenverhältnisses wissen muss. Aber sollte ich etwas vergessen oder übersehen haben, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Hat dir das Ganze geholfen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Kanal und mir mit einem einfachen Daumen hoch oder gar Abo und kleiner Glocke helfen magst, dass ich auch weiterhin solche Gratis-Tutorials produzieren kann und du sie auch nicht verpasst, wenn sie rauskommen. Dafür jetzt schon ein Riesendankeschön und ich hoffe, euch im nächsten oder vielleicht in einem dieser Videos wieder zu sehen, die YouTube-Mind ihr auch gesehen haben müsst. Bis dann, bleibt gesund!